Dies ist ein Testkanal für Warnmeldungen über Digitalradio DAB+. In regelmäßigen Abständen werden auf diesem Kanal Testwarnungen ausgestrahlt. Sie sind mit entsprechenden Geräten empfangbar. Hierfür müssen die Geräte für den Empfang von Testwarnmeldungen aktiviert werden. Informationen zu diesem Test und zu den Hintergründen des Warnsystems finden Sie im Internet unter www.bayern-digitalradio.de. Die neue Warnfunktion über DAB+, ermöglicht eine barrierefreie Alarmierung der Bevölkerung innerhalb weniger Sekunden. Perspektivisch können im Katastrophenfall auch Radioempfänger aus dem Stand-by-Modus eingeschaltet werden. Neben der akustischen Übermittlung der Nachricht sind auch Textanzeigen möglich. Ein Test unter Realbedingungen ist für den bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 geplant. Dies ist ein Testkanal für Warnmeldungen über Digitalradio DAB+. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kopfgewitter ist eigentlich Chris Weber. Er hat eine EP raus, die Kunst des Lebens. Ein bisschen Deutsch-Rock. Extra für euch für den Herbst 2022 hier. Ich hab mit mir gerufen, euch erfüllen, dass es Rüchte und auch Pflichten gibt. Die sollten wir nicht leugnen. Es hilft halt nichts. Wir sind hier einfach ganz viele Leute. Und hey, da wird es manchmal etwas ernst.